Hallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny. Wir sind ja wieder hier auf der Anfang von dem Turm. Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Level... 5 Haben hier schon... Mission... Für Level 6 Wo ich letztens... ...gemacht hab eigentlich... Oder Sturm... Keine Ahnung... Alt... Falsch... Mach ich doch... Ich hab die doch... Hey... Keine Ahnung... Ah ne... Da hab ich ja gestorben... Da hab ich keine Lust mehr gehabt... Und ja hoffentlich wird's jetzt besser... Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Ganz kurzer Satz... Gell... Warum auch nicht... Und ja... Jetzt geht's halt auf den Mond... Und ja... Genau hier bin ich gestorben... Letztes Mal... Genau hier... Ah nein... Nicht... Nicht gestorben... Ein gefallener Hüter... Die hat die Verbindung verloren gehabt... Das war's ja... Eine Verbindung ist mit drin abgebrochen... Ich weiß auch nicht warum... Am Computer... Es ging... Alles ging... Es ging... Jetzt bin ich genau da wo da... Eine... Gunde stehen sollte... Nichts mehr übrig... Nicht einmal das Licht... Wo ist sein Geist? Was ist da drin? 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 Meine Werber folgt uns... wir haben die schar geweckt sie darf uns nicht trennen ok aber immer gut Jetzt kommt auch noch so eine Mucke, bitte in der Köln. Es ist mir leid, ich muss meine Mucke benutzen. Okay. Wow. Gut, der war auch getroffen. Den auch. Oh. Ein Schuss habe ich hier noch. Da muss da auch ein Gott sein. Da kommen die Leibeignen wieder. Gut. Gut. Noch irgendwie sowas. Ich zähle mal weniger. Alter, etwas Gutes. Ich empfange das ersterbende Licht eines Geistes. Da drin. Jetzt darf ich auch noch reingehen, ja klar. Da drin ist es überhaupt nicht gefährlich. Auf allem die Mucke von der Grund, die fetzt. Wo? Wo? Der hell. Eine Hexe mit Nurme? Ääääää. Ich kenne andere Spiele, da ist was mit Nurme. Nix ist ja gut. Was? Ich weiß, wenn ich den Eindruck oder Ich bin. Einmal doch die ist schlau oder er hat verdammtes Glück gehabt. him sondern dass weg sind sie so. der geist der geist ist tot aber ich kann noch ein paar seiner erinnerungen lesen diese höhlen reichen kilometer weit in die tiefe eine armee auf um die erde anzugreifen wir müssen sie stoppen gut hätte ja auch noch gehen können mich war bei barrikadien geschafft ohne verbindel abbruch habe noch auf dem beutezüge übrig bringen war von schuhe diese können ich ja rennen in den erkundungen machen ok levy 7 7 8 und 7 schweres bin 8 auch gerade noch schwer du müsste ich erst mal hierher mal gucken der konflikt los die beutezüge muss ich auch noch erfüllen und dazu muss ich erkundung machen die ich rein wirklich auch schon mal gemacht habe und halt noch mal machen muss hat jetzt bei irgendwas gelaubert nein wird nix wir fliegen natürlich dann wieder zur erde zurück das ist aber auch lange dauert immer mit morgen weil die erde ja auch 30 tausend millionen lichtjahr entfernt ist vom mond ernsthaft dann glaubt sie jetzt noch fliegen ja komm flieg er ist angekommen lange laufbahn jetzt sei ja wieder welcher unterwegs noch richten ok Und sagen wir, wir haben eine Einschlagsbörder auf dem Mond. Okay. Ich suche die Sprecher in einer Premium-Aption. Okay. Oh, okay. Hier hinten war ich noch nicht. Was ist das? Vögel Trecker. Was können wir für dich tun? Intensität des Reisenden auf. Okay. Das Licht dauert an. Ein weiterer Hüter erstärkt. Achter, Sprecher. Jetzt kriege ich. Ein Versammlung von der Aufstattung muss den Turmwaffermeister gequart werden. Ein mächtiges Werkzeug für einen mächtigen Hüter. Was bekomme ich denn hier? Was ist denn das? Setz dich nicht, weißer Reis Hüter. Ein weiterer Hüter. Ein weiterer Hüter. Du hast nicht beeindruckt, Mütter. Was? Was? Dann. Ich hab' hier in den Dingen gibt's auch, du kannst doch zum finden. Aber egal, ne? Oh, da ist es ja. Hüter auch darin. Du weißt es vielleicht noch nicht. Aber du kannst meine Hilfe brauchen. Ich kann hier nicht sprinten. Ich kann hier nicht mehr aufpassen. Die springen, die springen und landen. Die Animation ist gut, aber es geht eigentlich. Ich finde ich... Äh... Will ich eine... Prozente? Schausengewehr oder... Äh... Ja... Nimm das. Sieht gut aus. Hüte. Spezialwaffen. Haben wir ja ein... Zuhensgewehr, Schausengewehr... Also... Das... Qualige... Qualige Gursenzähfe... Äh... Kismetiswerber... Die Abklingzeit der Kanoden... Und da ist nix, da ist nix... Und gleich alles mal... Ja, auch das... Prost... Füße... 16... 19... Ja... Da ist nix... Zum Ohrbild... Aber da ist erst nix... Bis dahin... Aha, ein CED-Zocker ist da... Okay... Bis dahin... Tschüss und auf Wiedersehen...